Ich habe eben aus Versehen der Schlüpfer weggeflogen. Ich habe nicht gerade mehr einen. Aber leise hat sich dann ja ein bisschen anders an. Das ist aber nicht. Kommt sein Sohn jetzt an 12 Uhr los? Soll ich jetzt nicht, der muss dann immer dahinter kommen? Komm doch, komm doch. Ich dachte, ich meine, ich habe noch. Achtung. Ich habe noch nicht. Musik 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 Musik